Alles fing damit an, dass ich vor ein paar Monaten nach Frankfurt ins Künstlerhaus Musonnturm eingeladen war. Entgegen meinen Gewohnheiten kam ich in Frankfurt mit dem Flugzeug an. Flugreisen innerhalb Europas stehen eigentlich im Widerspruch zu meinem ökologischen Bewusstsein. Die Kosten für den Flug hatte glücklicherweise ein Schweizer Veranstalter übernommen. Und vielleicht hätte ich die Taxikosten vom Flughafen zum Musonnturm auch von den Frankfurtern erstattet bekommen gegen Quittungsvorlage. Um das rauszufinden, hatte ich aber nicht genügend Geld in der Tasche. Und die Bankautomaten am Flughafen wollten mir auch nichts mehr leihen. Ich entschloss mich also mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren. Ganz unzeitgemäß hatte ich einen Schalter erwartet, an dem ich nicht nur eine Fahrkarte lösen, sondern auch noch in Erfahrung bringen wollte, welche U-Bahn-Station eigentlich mein Ziel war. In meiner Vorstellung vom Service der öffentlichen Verkehrsbetriebe würde mir eine freundliche Schalterbeamtin gleich noch einen vom Fremdenverkehrsamt vorgedruckten Stadtplan für unbeholfene Frankfurt-Besucher kostenlos zur Verfügung stellen. Nicht ohne diesen vorher eigenhändig verziert zu haben. Aber natürlich gab es statt Schaltern nur Automaten. Und die wollten mir nicht verraten, wo der Musonturm steht. Meine Erinnerung will es so, dass ich noch nach aushängenden Stadtplänen Ausschau hielt, als ich plötzlich angesprochen wurde. Entschuldigen Sie bitte, ich könnte Sie auf meiner Gruppenkarte mitnehmen, gegen einen geringen Beitrag für die Kosten. Das wäre auf alle Fälle billiger als ein Ticket hier. Ich entgegnete, dass ich noch gar nicht wisse, wo ich genau hinwolle. Und da mir das unzureichend vorkam, fügte ich hinzu, dass ich eigentlich natürlich schon wisse, wo ich hinwolle. Und zwar ziemlich genau ins Theater Musonturm in der Weitschmidtstraße. Aber dass ich eben nicht wisse, welche U-Bahn-Station das eigentlich sei. Das ist zum Merianplatz mit der U4. Diese Ortskenntnis und die recht gute Kleidung waren vertrauenserweckend. Sehen Sie, ich habe hier eine Gruppenkarte von heute. Und wenn Sie jetzt normal nach Frankfurt fahren würden, würde das 3,35 Euro kosten. Und ich könnte Sie jetzt für 2 Euro mitnehmen. Das wäre doch ein Angebot. Als ich meinem Geschäftspartner das Geld übergab, um den Handel zu besiegeln, fiel mir auf, dass er ein sehr altes, schäbiges Portemonnaie hatte. Diese Beobachtung ließ interessanterweise sofort seine gesamte Kleidung in meiner persönlichen Bewertungsskala rapide absinken. In Wahrheit handelt es sich bei diesem Anbieter einer Mitfahrgelegenheit wohl doch nicht um einen Flughafenmitarbeiter, sondern eher um so etwas wie sozusagen einen freien Reisebegleiter, der seinem Broterwerb nachgeht. Dazu kommt er den Moment auf Gleis 1. Und sicherlich ist so ein freier Reisebegleiter kein offiziell anerkannter Subunternehmer der Frankfurter Verkehrsgesellschaft. Im Gegenteil. Wahrscheinlich bewegt er sich mit seiner Dienstleistung mindestens in einem Graubereich, wenn nicht gar komplett in der Illegalität. Und das ist ihm sicher unangenehm, weshalb ich meine neuen Erkenntnisse besser für mich behalte und meinem freien Reisebegleiter gegenüber so tue, als würde ich ihn weiterhin für einen Flughafenmitarbeiter auf dem Weg nach Hause halten. Im Gespräch überrascht er mich mit dem Bekenntnis, dass er in den ersten Jahren des Musonturms dort regelmäßig Zuschauer gewesen sei. Später kam dann die ganze Tanz-Avangage, Rombel und Xavier Loire. Da war ich aber nicht mehr so häufig da. Dann fügt er noch hinzu, dass er als Frührentner sehr wenig Geld hätte. Ich musste aufhören zu arbeiten. Ich bin Lehrer. Latein. Weshalb er sich jetzt mit diesen Fahrten was dazu verdienen müsste. Und hat dann nicht mehr so viel Geld. In diesem Moment ist mir klar, dass er mir nie was vormachen wollte. Ich kann also unbefangen nachfragen, um alles über seine Tätigkeit zu erfahren. Also ich kaufe morgens immer eine Gruppenkarte und fahre zum Flughafen. Natürlich interessiert mich, wie viel denn dabei so rumkommt. 20 Euro, wenn es gut geht. Also 15 bis 20 Euro. Anfangs hätte er in seinem Job noch ziemlich viele Kollegen gehabt. Vor allem Sozialhilfeempfänger und Arbeitslose. Hab ich aber auch nicht gesehen die letzten Tage. Das Schwierigste wäre es, das Misstrauen der Kunden zu überwinden. Viele würden denken, dass es ein illegales Geschäft sei. Als ich vorschlage, eine Akzeptanzkampagne für freie Reisebegleiter zu starten und ein Filmporträt über ihn zu drehen, lehnt er ab. Aber er hat einen interessanten Gegenvorschlag. Aber ich kann Sie natürlich anlernen. Praktikum, dann können Sie einen Film, dann können Sie es selbst machen. Die Idee, diesen Beruf zu erlernen und einen gefilmten Praktikumsbericht zu machen, ist mir seit der Begegnung mit dem Reisebegleiter nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Weshalb ich einige Monate später an diesen Ort zurückgekehrt bin. Tagelang stehe ich am Automaten und warte, dass mein Praktikumsanleiter endlich auftaucht. Aber weder er noch einer seiner Kollegen lässt sich blicken. Das lange Warten lenkt meine Aufmerksamkeit auf ein seltsames Gebilde. Ich folge den Rohren an der offenliegenden Decke und stoße auf immer mehr von diesen Frichtern. Bei genauerer Untersuchung entdecke ich eine Spur. Vielleicht kann ein Anruf bei dieser Nummer aufklären, was sich hinter den eigenartigen Installationen verbirgt. Ich muss mich wohl modernerer Recherchemethoden bedienen. Da kann ich eigentlich nur zu dem Schluss kommen, dass der Flughafen von Schimmel befallen ist. Aber vielleicht soll ich auch nur auf eine falsche Fährte gelockt werden. Ich werde den Verdacht nicht los, dass mein Reisebegleiter von einem dieser Trichter eingefangen wurde. Bei meinem ziellosen Umherstreifen fällt mir auf, dass es außer den üblichen Angestellten auch ganz andere, scheinbar freiberuflich tätige Arbeiter auf dem Flughafen gibt. Einen von ihnen spreche ich an. Zum Geldverdienen machst du das mit den Mülleimern. Und wie viel findest du da so? Also wie gesagt, ich habe eigentlich schon meinen festen Preis, weil ich am Tag an Geld brauche. Zwischen 10 und 20 Euro und hier habe ich hier in drei, manchmal vier Stunden, manchmal auch in zwei Stunden voll. Je nachdem, wie die Tage alt sind, wie viele Leute hier unterwegs sind. Das ist so die Eigeninitiative, die im Augenblick so gefordert wird von der Politik. Ich würde ganz ehrlich gesagt... Du bist eigentlich ein Musterschüler. Das ist für ein gutes Beispiel. Ich würde das beim Sozialamt ganz ehrlich gesagt ohne Probleme angeben, wenn die das akzeptieren würden. Ich würde sagen, hier, das ist in Anführungszeichen mein Ein-Euro-Job, wenn ihr das so sehen wollt. Weil irgendwo muss man das auch so sehen, die ganzen Flaschen hier landen, und das ist alles nur diesen Zwangspfand hauptsächlich. Das ist ja nicht umsonst eingeführt worden. So, das Zeug wird recycelt, das wird bei diesen Recycle-Centern aussortiert. Und dann werden natürlich auch diese ganzen Pfandflaschen wieder festgestellt. Und wenn die sehen, ja, Moment mal, jetzt haben wir jetzt schon Zwangspfand drauf und da tut sich immer noch nichts, dann kommen die nächsten Getränke. Und das nächste wird das nochmal ein bisschen erhöht. Und so sag ich mir auf der anderen Seite, die Flaschen, die wir, die ganzen Leute, die hier sammeln, rausholen, die sind ja dann aus dem System quasi draußen. Und das sind dann auch wieder Sachen, was, das rede ich mir jetzt vielleicht einfach nur ein, aber was irgendwo den Birke dann auch wieder entlastet. Ich kann auf Deutsch gesagt noch so tief fallen, und ich finde immer wieder irgendwie so einen kleinen Halt, wo ich wieder hochkomme. Und ansonsten zwischen zwei und viermal am Tag bin ich halt hierher drin. Und am Anfang habe ich so gemacht, habe ich halt jedes Mal, wenn ich zurückgegeben habe, die Zettel abgegeben. Und jetzt mittlerweile sammle ich es halt dann. Und wenn ich das letzte Mal reinkomme, wenn ich dann abends, auf Deutsch gesagt Feierabend mache, dann gebe ich komplett alles ab. Und wie flaschst du? Ja, jetzt für 21 Flaschen 4,35. Also quasi 4,50 Euro Rundstunden lohnt. Nach der Begegnung mit Chris fühle ich mich, als hätte ich gerade ein Existenzgründerseminar besucht. Dein Unternehmergeist wirkt richtig ansteckend. Ich werde jetzt nicht mehr länger auf meinen Reisebegleiter warten. Ich werde mir den Job jetzt einfach selber beibringen. Am nächsten Morgen also als erstes einen Stapel kostenlose Stadtpläne mitgehen lassen. Die kann ich dann mit einem freundlichen Lächeln meinen zukünftigen Kunden als zusätzlichen Service, mit auf den Weg geben. Außerdem brauche ich eins der Exemplare, um mich als ersten und wichtigsten Schritt meiner Selbstausbildung auf die Reisebegleiterprüfung vorzubereiten. Das erinnert irgendwie alles an Monopoly. Ich war eben kurz im Supermarkt um die Ecke und habe mir dieses Brot gekauft. Das habe ich schon vorbereitet. Also ich habe mir ja jetzt überlegt, dass es natürlich doof ist, wenn ich immer alles mit subjektiver Kamera filme. Und ich würde mich auch gerne mal selber bei der Arbeit sehen. Ups. Fehlt eigentlich kaum aus, ne? Diese Ecke noch. So. Kann ich jetzt immer so unauffällig das Brot einfach auf die Ecke stellen. Ich habe eine Gruppenkarte hier, die gilt heute. Und da kann man bis fünf Personen drauf fahren. Obwohl ich mich wirklich anstrenge, geht mein Businessplan nicht auf. Es wird schon wieder Abend und ich finde keinen einzigen Kunden. Ich werde mit Verlust nach Hause gehen und heute Abend wohl nochmal an meiner Geschäftsidee arbeiten müssen. Am nächsten Morgen ist mir klar, dass meine Präsentation kundenfreundlicher werden muss. Von einem automatisierten Grafiker lasse ich zielgruppengerechtes Werbematerial erstellen. So, jetzt muss ich nur noch dafür sorgen, dass die Kunden die erste Begegnung mit mir sofort auch als angenehm empfinden. Nicht schlecht. Meine Bemühungen zeigen Wirkung. Ich finde endlich meinen ersten Kunden. Er kommt gerade von seiner Arbeit als Barkeeper am Flughafen. Das ist eigentlich mein Nebenjob hier. Ich mache meine Ausbildung und ich gehe jetzt zu meiner Ausbildung. Ich habe jetzt hier die Frühschicht übernommen und jetzt zu meiner Spätschicht. Was für eine Ausbildung machst du? Ich mache Angestellte im öffentlichen Dienst. Angestellte im öffentlichen Dienst? Und dann wirst du so schlecht bezahlt im Ausbildungsrat, dass du etwas dazu verdienen musst? Leider. Es sind leider unter 400 Euro. Unter 400 Euro? Ja, ich bin momentan einer in der ganzen Berufsschule, bin ich einer der Schlechtverdiensten hier in Frankfurt sogar. Für Frankfurt. Und von, also wir sind auch geteilt in zwei Klassen. Ich weiß jetzt nur von der einen Klasse. Von 22 Leuten sind es vier Leute, die fest übernommen werden. Also das muss ja wirklich, wenn das nicht so lustig gestimmt kann sein, in der... Na, theoretisch schon, aber die, sagen wir mal so, sind viele halt drinnen, die freuen sich halt, dass sie die Ausbildung wenigstens gekriegt haben, dass sie irgendwas haben, schon ein bisschen deprimierter. Als ich mich von Florian, so heißt mein erster Kunde, verabschiede, bin ich zuversichtlich, dass es nun bergauf geht. Aber bei der weiteren Kundenwerbung kann ich keine neuen Erfolge verbuchen. Um meine Marktposition zu verbessern, lege ich nochmal Parfum nach. Aber auch das zeigt keine positiven Effekte. 3,35. Ja, Dankeschön. Ich rutsche immer tiefer in die roten Zahlen. Wenn nicht bald der Durchbruch kommt, muss ich mir ernsthaft überlegen, ob ich weiter in diese Ausbildung investiere. Vielleicht muss ich Florian zu meinem Vorbild machen und noch einen Nebenjob annehmen. Am besten eine von diesen scheinbar zahlreichen Hilfstätigkeiten am Flughafen. Aber ich werde vorher noch einen neuen Trumpf ausspielen. Jetzt hat mein Unternehmen sogar eine Corporate Identity. Farblich abgestimmt werde ich als Individuum so beinahe unsichtbar und quasi zur offiziellen, humanoiden Verlängerung des Automaten. Ja, kann man das denn so machen? Ja, das steht an Gruppenparte. Die Idee mit der Uniform geht auf. Die erste angesprochene Person kann ich sofort zur Kundin gewinnen. Als Serviceleistung für den Stadtplan. Die Kunden kommen Schlag auf Schlag. Auf Susann folgt Thorsten, ein Videojournalist. Wie Jay, wie er sich selber nennt. Mit befristetem Arbeitsvertrag. Ich persönlich mag sowas auch. Ich persönlich bin auch jemand, der aus der VWL-Richtung kommt und sagt, lieber kein Kündigungsschutz, lieber kurze Verträge. Dann habe ich erstmal Arbeit, sonst hätte der Arbeitgeber viel zu viel Muffe, mich einzustellen, weil er mich nicht da los wird. So habe ich Arbeit, habe meine Chance und habe die jetzt genutzt und weiß auch, dass ich auf jeden Fall einen zweiten Vertrag auch machen werde. Und irgendwann beim dritten und vierten habe ich dann natürlich die Sache, dann irgendwann geht es ja auch arbeitsrechtlich gar nicht anders, dass ich dann eine unbefristete Stelle kriegen müsste. Und auf der anderen Seite habe ich natürlich umgekehrt wieder den Fall, ich muss mich immer neu beweisen. Ich muss eigentlich ständig motiviert sein. Ich muss mich auch immer wieder neu entscheiden, ob ich auch bei dem Unternehmen bleiben möchte noch ein weiteres Jahr. Und das ist, glaube ich, sonst legt man sich einfach bequem auch irgendwo hin und sagt sich, okay, ich bin jetzt frei und gut. Der Laden läuft. Ich ertappe mich jetzt sogar dabei, wie ich den Song von Mia vor mich hintrellere. Es funktioniert, es funktioniert. Alles, was ich will, ist alles, was ich kriegen kann, kriegen kann. Die Frage ist nur, was hier eigentlich funktioniert. Zwangsfand sammelnde Ein-Euro-Jobber, ihre Ausbildung mit Nebenjobs finanzierende Berufsschüler ohne Übernahmeaussichten, unbefristeten Arbeitsverträgen huldigende Angestellte, automatisierte Grafiker mit integrierter Druckwerkstatt, freie Fahrradkuriere ohne Krankenversicherung, frühverrentete Lateinlehre als freie Reisebegleiter, Mit-30-er als Teil der Generation Praktikum und jeder sein eigener Pressesprecher. Lauter einsame IHGs auf einem Flughafen voller Schimmelpilz. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2021